Musik Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Ausgabe unseres Videomagazins MCE, Menschen, Chancen, Erfolge. Wir wählen damit einen ungewöhnlichen Weg, Sie zu informieren, Ihnen Neuigkeiten über unser Unternehmen mitzuteilen, Sie zu unterhalten in Bild und Ton. Aber es ist nun einmal Tatsache, dass auch Sie Ihre Informationen weitgehend aus dem Fernsehen erhalten. Damit es Ihnen noch mehr Spaß bereitet, uns zuzusehen, gibt es auch etwas zu gewinnen. Wir verlosen aus allen Einsendungen eine Wochenendreise, einen Wochenendflug für zwei Personen in die Schweiz zu unserem Tochterunternehmen WW am Genfersee. Schauen Sie sich unser Programm mit Interesse und hoffentlich auch mit Freude an. Was das Videomagazin Menschen, Chancen, Erfolge im Kommunikationsbereich unseres Unternehmens sein soll, das erklären Ihnen jetzt die Herren des Vorstandes und die Vorsitzenden des Betriebsrates. Wir haben uns sehr lange überlegt, welche Form der Information wir geben sollten. Da wir wissen, dass Zeitungen sehr üblich sind, wollten wir als modernes Unternehmen etwas anderes machen und deshalb das Mitarbeitervideo. Das Mitarbeitervideo ist für uns ein Versuch, mit neuen Methoden mehr Mitarbeiter mit möglichst aktuellen Informationen zu erreichen. Ich finde die Idee des Mitarbeitervideos wirklich spitze. Es bringt Information auch für die Familie unserer Kolleginnen und Kollegen. Schauen Sie, wir leben in einer sehr schnelllebigen, modernen Zeit und in der Vergangenheit habe ich sehr viele Werkszeitungen gelesen oder auch nicht gelesen und das wird auch unseren Mitarbeitern, so wie gesagt, gegangen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Video bestimmt gern gesehen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.